So sollte man Obsidianen nicht abbauen. Immer ein Wassereimer mit dabei haben. Ich war jetzt einfach zu hastig, bin zu hastig aufgebrochen, aber die 16 Obsidianen sollte ich jetzt noch schaffen. Muss einfach nur nah genug am Block stehen. Habe ich den jetzt bekommen. Hier gerade feinste Arbeit. Und ein Zombie verbrennt. Das war knapp. So kann ich den hier noch abbauen. 13 habe ich. 14. Komm auf gehts, noch 2. 15. Da waren wir wieder ganz knapp. Und die 16 will ich jetzt auch noch. Dann gehts ab wieder nach Hause. Dann muss ich auch schon aufhören mit dieser Aufnahme. Habe schon gesagt. Sehr kurz. Kurz und knackig hier. Und das war die 16. Gut, dann mache ich mich wieder auf den Nachhauseweg. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Ähm. Ich glaube, ich komme so rum wieder raus. Nein. Darum war ich auch nicht. Nein. Nicht verirren. Ich will mich nicht verirren. Ähm. Okay. Nein. Da komme ich auch nicht raus. Jetzt versagt hier auch gerade meine Technik. Creeper. Wow. Alter. Das war knapp. Das war ganz schön knapp. Nein. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Willst du mich verarschen? Willst du mich verpopon hier? Ja. Schwimm da hoch. Ich glaube, ich muss doch da hoch. Kann das sein? Kann das sein? Die Lage ist Psi. Ähm. Nein. Das ist eine Fledermaus. Hey, du kleine Fledermaus. Ich nehme dich mit zu mir nach Haus. Da wird es eine Party geben. Alles nur zu deinen Ehren. Hey, du kleine Fledermaus. Ich nehme dich mit zu mir nach Haus. Dort wird es eine Party geben. Alles ist schon voller Leben. Jetzt hier gerade. Improvisation. 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 Und ich habe endlich den Ausgang gefunden. Ja, jetzt. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Da vielleicht? Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal hier. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich höre hier ein Schleim. Slimey. Ich brauche noch Schleim für meine Kolben, damit ich mein Beet automatisieren kann. Wo ist der Schleim? Wo ist der? Da ist er. Jawohl. Drei Schleimbollen. Gut. Jetzt muss ich noch rauskommen. Das ist das Problem. Und die Zeit läuft mir davon. Merke ich gerade. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ganz und ja nicht gut. Ähm. Wie komme ich hier wieder raus? Ich bin hier raus. Lass mich raus. Manno. Komm schon. Ich mag nicht mehr spielen. Lass mich raus. Äh. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Hier sind auch die ganzen Gänge so verwinkelt. Hier vielleicht? Das Eisen, aber das stört mich jetzt nicht. Das spricht mich nicht an. Da ist auch nochmal Eisen. Ist mir egal. Nein. Lass mich hier raus. Ich will hier raus. Mann. Verdammt. Verdammte Scheiße. Scheißen Dreck hier. Das kann so nicht weiter gehen. Muss ich da hin? Theoretisch ja, aber die Fackeln sind links. Jetzt komme ich hier wieder in eine schöne Höhle. Ich muss einfach nur schauen, wo die Fackeln links hängen. Aber da komme ich wieder nach unten. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Da hängen die Fackeln rechts. Rechts. Die Fackeln hängen rechts. Äh. Äh. Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Hat es mir jetzt voll gebracht. Da ist Lava. Lava, da ist Lava. Der war jetzt schlecht. Vielleicht muss ich auch hier lang. Oh mein... Nein. Knapp. Ich habe nur gehört, wie er gezischt hat. Lass mich jetzt endlich hier raus. Nein, da ist nochmal ein Creeper. Ich habe ihn gehört. Sind wir wieder hier. Da stehen sogar zwei. What the fuck? What the... Ah ju, nochmal einer. Äh. Ah. Mein Gott. Auch noch ein Skelett. Was wollt ihr alle von mir? Ich hab nix. Außer Obsidian. Der Pfeil brennt. Und das Skelett ist verbrannt. Ja komm explodier. Ist mir egal. Könnt mich jetzt alle mal am... Arschi leckern. Ich will hier einfach nur raus. Nein, falsch. Ähm. Ich müsste da hoch. Oah. Oder ich baue mir eben einfach einen Weg raus. Aber das ist die Frage. Wie kriege ich das hin? Äh. Äh. Buja, buja, buja. Ich komm noch zu spät zu meinem Termin. Oh Mann, 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 Mann. Manometer. Ich glaub jetzt reicht's mir gleich langsam. Ich geh jetzt gleich in... In creative... Modus. Und flieg hier raus. Ach, wisst ihr was? Das mach ich jetzt einfach. Ich mach das normalerweise nicht so. Aber jetzt, weil ich hier in Zeitdruck bin, mach ich das jetzt einfach mal. Wo komm ich raus? Oh, hier. In der Nähe vom Ausgang. Das ist schön. Äh, ne, der Ausgang ist... Warte, da ist mein Aus. Landen wir hier schön auf der Terrasse. So. Jetzt wieder in den Survival-Modus. Dafür ist... Too Many Items sehr nützlich. Um so etwas zu machen. Jetzt hab ich endlich Obsidian. Obsidian. So, das kommt da rein. Erstmal hier wieder alles verstauen. Erdvolle Rohstoffe hab ich nix noch. Obsidian. Obsidian und Schleimball geht auch mal hier rein. Das geht da rein. Knochen auch. Pilze gehen auch darüber. Die Erde, Eisen und... Eisen und Kohle geht hoch. Lass mich hoch! Oh, das ist fertig. Schön. Das ist gut. Das ist ganz gut. Dann stecken wir da jetzt noch hier das Eisen rein. Oh, ho, 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 ho. Hm. Eisen. Oh, wieder zwei Stacks. Eisen. Und ein Stack. Gold. Genau. Genau ein Stack. Schauen wir jetzt einfach mal da was zu essen. So. Dann bedanke ich mich jetzt hier fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem weiteren Let's Play Minecraft mit mir, dem Talion-Fahrer. Und vergesst nicht, liked, kommentiert, abonniert. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Musik Wieder grüß der Talion-Fahrer und damit Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft. Es war mal wieder an der Zeit für Minecraft, nachdem ja die letzte Minecraft-Adventure-Map Crazy Worlds nach der zweiten Welt beendet war. Äh, da die Map-Ersteller bisher noch nicht weitergebaut haben, da werde ich dann immer wieder nachschauen, ob sie weitergebaut haben. Ich habe auch schon eine weitere Adventure-Map in petto. Ich weiß auch schon, dass ich sie spielen werde. Die soll ganz gut sein. Aber jetzt als erstes Mal ist wieder Minecraft dran. Ich möchte nämlich hier auch wieder ein bisschen weiter machen. Meine Pläne. Ich habe da ein paar Pläne, was ich machen möchte. Und so weiter und so fort. Warte ca. Warte mal. Eine Sekunde. Jam jam. Äh, da da da. Für was habe ich eine Playlist, wenn ich sie nicht abspiele. So, haben wir die jetzt auch, wie schon gesagt, das ist die gleiche Playlist wie bei den Minecraft Adventure Maps, ich denke ich werde da auch dann immer mal wieder nach neuen Liedern versuchen, damit ich die dann hier, damit ich das ein bisschen erweitern kann, was ich so heute vorhabe, ich werde den Keller ein bisschen, im Keller werde ich ein bisschen was machen, jetzt bin ich aber erstmal umschauen, drei Schleimbälle, das wird nicht reichen für das, was ich vorhabe, so auf jeden Fall, ich will haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wo das passt sogar, so, denn, wie schon gesagt, ich will hier ein bisschen ausbauen, damit ich hier, für die ganzen, für, ähm, Brauerei und so weiter, hier in die Mitte wird dann das Enderportal kommen, das ist ein Neverportal, nicht das Enderportal, ich bin ein bisschen weit, hätte ich das schon, das Enderportal, auf jeden Fall kommt hier das Neterportal rein, ich muss jetzt nur überlegen, wie weit ich reingehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich denke mal, das sollte reichen, so, nicht zu groß werden hier, so, jetzt brauche ich, wie viel brauche ich, ich brauche, ähm, ähm, ich glaube 5, was, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, so, das war die Föhn, aber gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter, ich weiß noch nicht, das, das, das schaue ich mir noch an, das ist nicht ein bisschen zu eng, das hier, das nicht zu eng wird, ich denke, ich werde noch etwas in die Breite gehen, oder nicht, äh, ich überlege,